Die in Windel-News Folge 18 vorgestellte Tiny Tales von Abu ist erschienen. Ich habe sie mir genauer angeschaut und im Alltag ausprobiert. Es ist schon länger her, dass von Abu eine neue Windel auf den Markt gebracht wurde. Zuletzt gab es in diesem Unternehmen eine schlechte Stimmung, weil die Hälfte der Mitarbeiter gekündigt worden seien. Laut Geschäftsführung war das notwendig, um wirtschaftlich überleben zu können. Die Mitarbeiter sehen das anders, ich habe alles, was wir dazu wissen, vor kurzem in Windel-News Folge 21 zusammengefasst. Hier soll es um die Tiny Tales gehen. Schon die Packung ist bunt und relativ blickdicht bedruckt, wie es seit kurzem im Trend liegt. Nur leicht schimmert der Inhalt durch. Zehn Stück sind enthalten. Ich habe wieder Größe M für einen Umfang von 79 bis 91 cm. Für die sehr schlanken und kleineren unter euch gibt es gute Nachrichten, sie wird sogar in Größe Small angeboten. Das ist inzwischen selten, einige neue Windeln beschränken sich auf M, L und XL, teilweise fällt sogar XL weg. Beim in die Hand nehmen und auseinander falten der Windel merkt man schon, dass es sich um eine recht dicke handelt. Das überraschte mich. Die aus meinen bisherigen Tests von Abu würde ich im Bereich mitteldick sehen. Man spürt sie deutlich, sie halten auch einiges aus, aber sie kommen nicht an eine Little Rascals oder Critter Caboose heran. Mit der Tiny Tales ist das anders, sie fühlt sich auf einem ähnlichen Level an. Im Inneren ist ein dickes Saukissen und der hohe Auslaufschutz, wie er bei Abidell-Windeln heutzutage Standard ist. Für Einlagen ist also auch hier genügend Platz. Wie man an der Packung bereits vermuten kann, ist die Windel ziemlich bunt. Ein Regenbogen zieht sich an den Seiten über die ganze Windel, dazu bunte Streifen an den oberen Enden. Außen ist sie komplett mit Plüschtieren bedruckt, die natürlich alle ebenfalls gewickelt sind. Dazu Luftballons, in Richtung der Seiten sind noch mehr vor einem Himmel zu sehen. Kontrastreiche Farben erinnern an die hohe Qualität anderer Windeln wie der bereits erwähnten Critter Caboose von Reas. Auffällig ist der gelbe vertikale Streifen, es ist ein Nässeindikator, der die Farbe verändert, sobald man größere Mengen reinmacht. Für Abidell-Windeln ist das selten, es gibt nur eine Handvoll, die einen haben. Bei Abu beispielsweise die Little Paws. Auf ihr sind lauter Pfoten aufgedruckt, die blasser werden und verschwinden, wenn die Windel nass wird. Die Waage zeigt beeindruckende 247 Gramm, damit gehört sie auf jeden Fall zu einer der aktuell dicksten Windeln auf dem Markt. Im Praxistest hat sie es auf 2,2 Kilo gebracht, was verglichen mit anderen Getesteten ebenfalls ein gutes Ergebnis im oberen Bereich darstellt. Hier hat sich der Hersteller deutlich verbessert, einige der anderen Windeln im Portfolio haben es im Praxistest nur in einen Bereich von ungefähr 1,5 Kilo bis 1,8 Kilo geschafft. Auch das Leergewicht und damit die Dicke waren geringer. Gekauft habe ich sie im hauseigenen EU-Shop von Abu, da sie zum Marktstart nur dort exklusiv verkauft wurde. Eine Zehnerpackung kostet 36,95 Euro, somit sind wir bei einem Stückpreis von 3,70 Euro pro Windel und damit auch hier im oberen Bereich, wenn man den gesamten ABDL-Markt betrachtet. Eine Kriter-Kabuz beispielsweise ist nur wenig dünner, kostet allerdings nur 2,74 Euro pro Windel, also fast einen Euro weniger. Im Verhältnis für eine leicht dickere Windel scheint dieser Aufpreis alleine deswegen nicht gerechtfertigt. Zu meiner Bestellung kamen noch 8,95 Euro an Versandkosten nach Deutschland dazu. Derzeit gibt es die Windel leider noch in keinem unabhängigen Shop, wo sie vielleicht etwas günstiger angeboten wird. Die einzige Möglichkeit zu sparen wäre mindestens 4 Packungen zu kaufen, dann gibt es im Abu EU-Shop 12,5% Rabatt. Bei 4 Packungen sinkt der Packungspreis auf 32,34 Euro und eine einzelne Windel kostet damit 3,22 Euro statt 3,70 Euro, eine Ersparnis von 48 Cent pro Stück. Das reduziert den Abstand zur Konkurrenz, die günstigste dicke Windel wird sie damit allerdings weiterhin nicht. Ich finde allerdings trotzdem, dass sich Abu damit auf dem richtigen Weg befindet. Mehrere Windeln sind so teuer, dass der Preis nicht im Verhältnis zu dem steht, was sie bieten. Genau das ist mein größter Kritikpunkt, wenn der Preis hoch ist oder sogar erheblich steigt, muss auch das Produkt besser werden, was bisher nicht passierte. Das Extrembeispiel ist die Peak Abu, die inzwischen auch leicht auf 3,30 Euro pro Stück gesenkt wurde. Sie hält deutlich weniger aus, als die Tiny Tails und ist nur teilweise bedruckt. Bei der Little Kings hatten wir bis vor kurzem knapp 4 Euro pro Windel mit einer geringeren Saugleistung. Zudem hat sie Karten, was viele nicht mögen. Bei der Tiny Tails ist der Preis zwar nur leicht gesunken und noch immer im oberen Bereich. Dafür bekommt man die wohl derzeit dickste Windel auf dem Markt, was für viele von euch interessant sein dürfte, die es mögen, dick eingepackt zu sein. Sie ist komplett in hochwertiger Qualität bedruckt, wieder verschließbar und vom Tragekomfort her habe ich nichts Negatives beim Test bemerkt. Sie hat eine relativ dicke, angenehme Folie, die wertig wirkt und nicht so leicht einreißen dürfte, das ist während meines Testen passiert. Außerdem wurde die Tiny Tails im modernen Positionsdruck gefertigt, der aufwendigere Motive statt nur einfacher Wiederholungen erlaubt. Da er noch recht neu ist, dürfte sich das auch auf den Preis auswirken. Die Windel selbst hat mich überzeugt. Durch des Preises werde ich sie nicht ständig im Alltag tragen. Für zwischendurch mal eine als besondere Windel passt die gebotene Leistung nun, was meiner Meinung nach bei anderen Windeln nicht mehr gegeben war. Abu scheint erkannt zu haben, dass sie an ihrer Preisstrategie etwas ändern müssen, um nicht noch mehr Kunden zu verlieren. Einerseits schade, dass es offensichtlich so weit kommen musste, damit Abu seinen Kurs ändert. Auf der anderen Seite finde ich es gut, dass es nun besser zu werden scheint und damit Windeln von diesem Unternehmen wieder attraktiver werden. An sich finde ich sie sympathisch, weil sie sich durch ihre Unterstützung verschiedener Events sehr für die ABDL-Community einsetzen. Nun interessiert mich eure Meinung zur Tiny Tails, schreibt es gerne in die Kommentare. Bleibt trocken, bis zum nächsten Video.